Hallo Welt, was geht ab? Ich bin Jermaine Davins, der Rapper der Addicts. Einige kennen uns schon, viele noch nicht, aber daran arbeiten wir gerade, so dass uns irgendwann alle kennen. Und deshalb will ich ein neues Interview hier starten, gemeinsam mit Mo Cream. Ich habe für die alten Fans, Supporter, Anhänger, wie auch immer, einfach neue Informationen. Und für alle, die dazukommen möchten, so eine kleine Vorstellung. Wer ist dieser Typ überhaupt? Und bevor ich was verrate, jetzt wollen wir euch erstmal mit ins Boot holen, und zwar in der Form, dass ihr Fragen stellen könnt, auf Facebook, auf YouTube. Schickt das Video weiter, teilt das Video, so dass alle anderen Leute auch Fragen stellen können und egal wie verrückt sie sind, wir versuchen sie zu beantworten. Darin sind wir gut, ohne Scheiß. Und wir stellen das alles zusammen, zusammen mit dem, was ich loswerden möchte, und dann präsentieren wir euch das komplette Interview so bald wie möglich. Wir sehen uns bald. Peace!